Uli als Frau ist halt doch dann irgendwie auch ziemlich sexy. Oh Franz. Sissi. Du machst mich so glücklich. Cut. Der Dreh war für mich ein Albtraum. Da in so einem Set rumzulaufen und Regieanweisungen zu geben und ich konnte mich ja nur nicht mehr in den Regiestuhl setzen. Dann diese Perücke macht Kopfschmerzen und dann immer diese dieses Zupfen und dieses Schminken und der Bulli steht auch wahnsinnig auf Perücken. Ich glaube ich enthülle jetzt irgendwie ein Trauma von ihm oder ein Faible was er hat. Also ich stehe nicht auf Perücken um das mal klarzustellen. Aber sie sind unvermeidbar. Auf Wiedersehen. Gest Auf Wiedersehen. Guess